Bodendecker 2 x 1000. Samen ca. 3 Volt 5 cm hoch. Für Südwasser Aquarium U. Feuchtterrarien. Er heilt gut. Auch wunderbar für Feuchtraumterrarien zu gebrauchen bildet einen schönen Teppich. Die Keimtemperatur mu mindestens 25 Grad betragen. Dann klappt es auch. Ideal als Bodendecker oder Vordergrundpflanzen geeignet. Wird ca. 3 Volt 5 cm hoch. Preis etwa 5,29 Euro.